Das Projekt, das ich euch vorstellen möchte, ist eine temperaturabhängige RGB-Beleuchtung für meinen Tower-PC. Umgesetzt werden soll diese wie folgt. Mit einem Sensor wird die Gehäusetemperatur am wohl kritischsten Punkt des Gehäuses aufgenommen. Diese ist in einem leistungsfähigen Computer typischerweise über den Prozessor der Grafikkarte. Hier werden im Falle meines Computers durch den Kühlkörper der Grafikkarte bis zu 135 Watt Verlustleistung abgeführt. Somit treten hier auch verhältnismäßig hohe Temperaturschwankungen auf. Der ESP32 verarbeitet darauf die Daten des Temperatursensors. Die Temperatur wird anschließend live über ein OLED-Display ausgegeben. Des Weiteren ändert der ESP32 die Farbe des LED-Stripes abhängig von der Temperatur. Folgende Komponenten wurden für das Projekt verwendet. Ein ESP32 Entwicklungsbord, ein Steckbrett, ein Temperatursensor des Typs DS18B20, ein Neopixel RGB LED-Stripe, ein Y-Robot Power V2 Netzteil und ein OLED-Display und natürlich Kabel. Der ESP32 und der LED-Strap werden an 5 Volt angeschlossen. Der Temperatursensor und das Display werden an 3,3 Volt angeschlossen. Der Informationspin des Temperatursensors wird an den Pin 14 des ESP32 angeschlossen. Das Display wird an die Pins 21 und 22 angeschlossen. Nachdem die Hardware gut im Computer untergebracht ist, wird noch die Software benötigt, um dem ganzen Leben einzuhauchen. Diese habe ich wie folgt gelöst. Zunächst müssen verschiedene Bibliotheken eingefügt werden. Für den Temperatursensor die Bibliotheken OneWire und DallasTemperature. Für das Display werden Wire und SSD1306 Wire eingefügt. Für den RGB-Strap wird die Adafruit Neopixel Bibliothek eingefügt. Darauf müssen die Anschlusspins für den LED-Strap und den Sensor festgelegt werden. Außerdem müssen dem ESP32 die Dimensionen des RGB-Strips beigebracht werden. Also der Anschlusspin und die Anzahl der LEDs und der Typ der LEDs. Ebenso müssen im Code noch die Anschlusspins des Displays hinterlegt werden. Nun folgt die Deklaration zweier Variablen. Einmal ein Float, in dem die derzeitige Temperatur abgelegt wird. Und ein String, der auf dem Display ausgegeben wird. Im Setup folgen nun eine Reihe von Initialisierungen von Temperatursensor, Display und RGB-Strips. Außerdem muss das Display noch richtig ausgerichtet werden, in meinem Fall vertikal. Der RGB-Strips kann Helligkeitswerte von 0 bis 255 ausgeben. Da eine RGB-Beleuchtung für einen Computer und kein Baustrahler angesteuert werden soll, setze ich diesen Wert auf 50, also ca. 20%. Der darauffolgende Befehl aktiviert zum ersten Mal eine Farbausgabe im Stripe. In diesem Fall soll noch keine Farbe angezeigt werden. Das ist Aufgabe des Loops. Im Void-Loop wird nun der Sensor abgefragt. Darauf wird die Temperatur einmal im seriellen Monitor ausgegeben. Dies dient nur zur Kontrolle beim Anschließen des Computers an den ESP32. Nun wird der Wert des Sensors der Float-Variable zugewiesen. Außerdem wird der Temperaturwert um 4 Kelvin auf die reale Temperatur korrigiert. Die Ausgabe-Variable für das Display bekommt den gleichen Wert zugewiesen. Zu Beginn der Displayausgabe wird die alte Ausgabe des Displays gelöscht. Dann wird die neue gemessene Temperatur ausgegeben. Der Rest des Codes könnte simpler nicht sein. Abhängig von der gemessenen Temperatur werden Vorschleifen aufgerufen. Diese zählen in Einserschritten von 0 bis 29 und weisen den LEDs eine Farbe zu und lassen den Stripe in eben dieser Farbe erleuchten. Natürlich ist der kreativen Freiheit mit diesem RGB-Scribe keine Grenze gesetzt. Und man könnte auch andere Beleuchtungen realisieren. Nun aber folgt noch eine kleine Demonstration der Funktionsweise der RGB-Beleuchtung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.